Und der andere hier mit seiner Brille, der nervt mich, der nervt mich, der hat eine ganze LKW-Brille dabei, auf jede Brille hockt er sich drauf, also hier, ach meine Brille ist kaputt hier, kann ich sehen, im dunklen Wald hier, da siehst du auch mit Brille nix hier, Mensch, der Doktor hier bei uns, hier im Dschungelcamp, hier, von guter Zeit, schlechter Zeit, und jetzt, ja, was machen denn die Patienten, wenn die Patienten da jetzt hier gehen, wo ist denn da der Doktor, sagen die, der ist ein Dschungelcamp.